Hup huuuu Heheheh MADIC! MADIC! Sag mal du brauchst irgendwie mal wieder volles Leben Stimmt, warte mal ich bahn da Schimmi noch ein paar mal, brauch ich nicht Verdammt ENERGY DRINK! Pst Geh doch rein Geh rein ja, geh rein Nicht schon wieder Ja klar, ich geb es dahinter zu meiner Pose Er kommt Hast du die Töne wieder zugemacht? Nein! Was? Nein, ich glaub der ahnt, der ahnt das Ja, der ahnt das, weil wir da unten das Auto stehen lassen haben Ja Egal, abwarten Ja 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 Scheiss Oh scheiss Ja 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 Die ist direkt für meine Fresse klang Es packt dir rum Es packt dir rum, es packt dir rum Ich bin nicht durch diese Scheißtür gekommen Geil Ich sehs nicht mehr schlimmer, das Auto einfach woanders steht, Lisa Ja Ja Und noch ne AK Ja nice, Digga Die kann ich dir dann geben, wenn du möchtest Oh ja, gerne Aber ich hab's jetzt erstmal mitgenommen Ich würd auch gern, beim dreistöckigen Haus, würd ich auch mein Bett direkt neben die Eingangstür stellen Oder? Du gibst jetzt erstmal die Waffe mit und die Munition Also, naja, das verstehe ich auch nicht, warum man hier das Bett hinstellt, also Find's auch ein wenig komisch, dann einfach wie so ne Schräge überm Kopf zu haben Eine Schräge hab ich auch überm Kopf Ja, aber halt so ne komische von der Seite, die kommt ja da von der Seite Boah, dann schauen wir uns mal die eigentlich, die können wir mal an Ja, gut Das ist halt doof hier Ja, gut, okay Wenn's ja andersrum wär, wenn's jetzt in den Raum reinrauchen würde, wär's besser Ja Das Leben ist kein Ponyhof Aber wenn's dir hier eine Bimp ist, dann kannst du ja keine Angst haben, vor allem das Regal Dann stößt sich ja alle meinen Kopf an den Regal oder an die Treppe und du Das ist aber sowieso schon scheiße, wenn's so Dachschräge hast, ne? Ja eben Das ist immer scheiße So wie die Holp, was? Okay, also das Kalenderbild, das ist, das ist auch cool Da kommen zwei Leute an, haben ein kleines Kind dabei Das schaut ja aus wie ne Krankenschwester und möchte das Kind nehmen oder so Und der andere da hinten saucht aus der Vase Ja, aber was ist das für ein Zelt? Es könnte eine Krankenstation sein Ja, aber für was? Und das ist doch normalerweise ne Pferdetränke Wo? Und da hinten ist, ist ein Feld Ach, keine Ahnung Pferdetränke Wie gehen wir denn rüber? Drücke oder? Ja, gescheit aber Oh, Boot Lass doch das Boot nehmen Okay Ich dachte du sagst, lass das Boot nehmen Ich hatte nichts getan, das Boot Mir haut das Wasser ins Gesicht Ja Hilfe, ich seh nichts Du hast Pferzen im Boot, Alter, ist das mies Das ist ja richtig mies Hallo, ich bims Schau mich nicht so sau doof an, Alter Du hast so einen langen Rüssel im Gesicht Du aber auch, ne? Ja Da kommt ein Airdrop runter Ja, wo geht denn der hin, Mann? Der geht genau da hin, wo wir hin wollen, toll Ne Der geht glaube ich auf die Geht denn der hin? Ne Wie geht denn der ins Wasser? Alter, ohne Witz Fahr mal hin, wa? Ja Äh, Benzin leer Ich hab kein Geld dabei Ich nutze, ich nutze Ja, füll auf das Ding Passt, geht krass Geil Ohne Witz, wo ist jetzt das Ding? Wow, liegt da zwei Da ist nichts drin Wunderschön, Mann, dann fahren wir mal zur anderen, oder? Ja, bevor die Zone kommt Oh, hab ich schon Angst bekommen Ach, hockt da hinten drin Fällt's dir nicht neben mir, wa? Ah, wir sind voll in der Zone, weißt Mehr Auffall geht halt einfach nimmer, ne? Ah, da ist eine Groza drin 7.62 Carboni mit Vertikal-Vorgrip Magst du sie haben? Ah, nimm du sie Ok, tschüss Shotgun Ade Italienische Waffe, ne? Keine Ahnung Na dann, fahren wir weiter Aber die Straßen sehen immer noch ein bisschen komisch aus Und irgendwie ist ganz viele noch sehr detailarm, ne? Äh, da sind zwei Boah, fuck Das Magazin war leer Oh, scheiße Oh mein Gott Was? Hier liegt zu viel Scheiße Ja, hier auch Not enough space, stranger Ja Not enough space, stranger Hat er gesagt, ja Ist es stranger auch? Nein Da liegt der AK Ich werd verrückt Oh mein Gott Nein, das ist breit noch ein Backpack Ich hab kein Backpack Da liegt Backpack Ja Oh, irgendwie 16 Simon in Gefangtl, ne? Beste Band Oder bist du das? Keine Ahnung, kenn ich nicht Äh Warte mal, ich geh mir noch zur kleinen Hütte da Es soll nicht Simon in Gefangtl Nee, ich geh auch jetzt ehrlich gesagt nicht auf das Gespräch ein Weil das letzte Mal haben wir uns über Straßen unterhalten Und wir wurden dann zerfickt Ja, echt, wir haben über Straßen geredet Ja klar, du hast gesagt, die Straßen schauen nicht gut aus Boah Wow, wow Oh, ich hab den Nate in der Hand gehabt Ich bin heftig angefickt Ich auch Ich muss mich grad Oh, ich bin tot Du musst mich aufheben Der ist tot, da ist auch Achso, sehr gut Boah Alter, hab ich auch immer den Nate in der Hand Hast du den Nate geworfen, oder? Ach du weißt, ich dachte, die smogen sich jetzt ab oder so Nee Hallo Hallo Hi Ah, ey Hab ich bloß grad gewundert, warum der Ryan mit einer Nate auf die anderen Scheiße ist Olek, Olek, Olek Ich hab ne Nate in der Hand Wie war ich denn schlecht jetzt? Na gut, ja Nate Na, 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 na Sag mal, gibt's denn eigentlich dieses Multi-Twitch noch? Ich seh grad, dass meine Weste am Arsch ist Im Arsch Im Arsch Ich fass ihn in den Arsch? Ja Moment Moment, ich muss meine UMP nochmal durchchecken Ich hab doch Wow, Alter Wow, jetzt ist die Alter An die hab ich gar nicht mehr gedacht Ja, ich auch nicht mehr Fuck Ohne Witz Shit Scheiße Wuckelt sie raus Shit Keine Ahnung Fuck doch die Hände Ich komm nicht über die Mauer Ich komm nicht über die Mauer Auf hier durch Nun nun kommt sie Und sie kommt übrigens Und sie kommt übrigens Ja, ich sehs Sie holt uns ein Ohohohohohohohohohohohohoh Und die ganzen Tiere fliegen alle rein Sind sie alle tot Ja, Direkt vor mir Oder unmittelbar vor mir Auf den Berg oben Vielleicht gehen wir doch in die andere Richtung. Wow! Alter, der zerlegt den ja... Oh, da kommt die Leiche runter. Vielleicht lootet er den, vielleicht kommt er, vielleicht lootet er den. Dann hol ich ihn mir in den Sack. Der kommt nicht. Halt doch, da ist er, da kommt er, da kommt er. Wo, wo? Er ist jetzt unten. 300. Ja, schießen oder? Ausgenockt. Ausgenockt. Tod. Andere Seite glaub ich, Schüsse bekommen. Oh ne, da ist noch einer. Bin tot, bin ausgenockt. Wo ist der? Warte, 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 helf mir hoch, helf mir hoch, geht das? Jo. Boah, alter Schwede. Zwölf Stück am Leben, bei uns geht jetzt die Party aber durch. Mhm. Jetzt wird's ganz eng. Wo ist der, wo ist der, wo ist Ciso denn? Keine Ahnung, wo bist du? Doch, da links vorm Baum. Da fehlt noch einer. Zwei. Ja, bin wieder ausgenockt. Fuck off. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ich bin ja auf tot. Jo. Ach, scheisse. Ja, egal. Team Rang 7. Drei Leute gekürzt, wo nur 40 Punkte. Was wollen wir mehr? Ach so. Wo sind sie? Auf die Straße jetzt. Und dann rechts. Ne, ne, da vorne nicht, da kommt Wasser. Da jetzt rechts auf die Straße. Genau. Geradeaus. Ja, da weiter. Ne, scheisse. Oh, jetzt bist du. Boah, ich dachte, das war das Auto. Boah. Alter. Hallo, ich bin's. Ja, hier sind Eingänge, da könnten wir eigentlich rein. Ja, stopp. Türen offen. Ja, schauen wir durch die Fenster. Ich seh nix. Oh, hier steht ein Auto. Hier würde ich nicht stehen bleiben. Hier würde ich nicht stehen bleiben. Hallo. Kannst den mal hupen auch. Ich bin's. 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 Ich bin's.